Neubaustrecke Wendlingen-Ulm – Baufortschritt Dieser Film zeigt den Stand der Bauarbeiten im November 2016. Heute verbindet die mehr als 165 Jahre alte Filzteilbahn die Landeshauptstadt Stuttgart mit Ulm. Durch die Streckenführung entlang des Flusslaufs der Filz und aufgrund der Steigung und engen Kurven fahren selbst modernste Züge teils nur 70 Stundenkilometer. Die Zukunft des Bahnverkehrs wird heute gebaut. Die 60 Kilometer lange Neubaustrecke ermöglicht eine Reisegeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern. Um die Landschaft zu schonen, verläuft die neue Strecke zur Hälfte in Tunneln und zur anderen Hälfte parallel zur Autobahn. In Wendlingen am Neckar grenzen die Teilprojekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm aneinander. Die ersten Bauwerke der Neubaustrecke bilden zwei Eisenbahnbrücken über den Neckar, deren Bau aktuell vorbereitet wird. Keine 500 Meter weiter beginnt der Alpvorlandtunnel. Er ist einer der vier langen Tunnel der Neubaustrecke. Ende 2015 wurde der Alpvorlandtunnel vergeben. Zurzeit werden die Baustellen vorbereitet, sodass im Frühjahr 2017 die Hauptmaßnahmen starten können. Für das Bahnprojekt einmalig. Der Alpvorlandtunnel wird mit zwei Tunnelvortriebsmaschinen gleichzeitig gebaut werden. Auf Höhe von Weilheim an der Teck ist entlang der Autobahn der Baufortschritt an der Neubaustrecke deutlich erkennbar. Durch die Bauarbeiten am 250 Meter langen Tunnelrastplatz vor dem Eichelberg wird der namensgebende Rastplatz im Jahr 2017 vorübergehend gesperrt. Zurzeit werden beidseitig des Rastplatzes die Tunneleinschnitte hergestellt. Der Bosler Tunnel ist mit seinen 8,8 Kilometern der längste der vier langen Tunnel. Am Eichelberg liegt das Portal des Bosler Tunnels, umgeben von Baustellenflächen. Eine zweieinhalbtausend Tonnen schwere Tunnelvortriebsmaschine, von ihrer Besatzung Ketchen genannt, gräbt und baut von hier aus dem Bosler Tunnel Richtung Ulm. Die großen Betonelemente, aus denen die Tunnelvortriebsmaschine die Tunnelschrale zusammensetzt, sind sogenannte Tübinge. Diese Elemente werden direkt vor dem Portal Eichelberg in einer eigenen Tübingproduktionsanlage hergestellt und gelagert. Anschließend werden sie mit einer Lohrenbahn über das Baustellengelände zur Tunnelvortriebsmaschine im Berg transportiert. Nach ersten Planungen sollte ein Drittel des Bosler Tunnels mit der Vortriebsmaschine gebaut werden und der Rest im Spritzbeton verfahren. Durch intensive geologische Erkundungen wurde klar, dass der gesamte Tunnel mit der Maschine aufgefahren werden kann. Dieser optimierte Bauablauf spart Kosten und Zeit. Im Mai 2016 hat die Maschine präzise den am Zwischenangriff Umfental schon gebauten Tunnelabschnitt durchfahren. Im November 2016 wurde die Oströhre des Bosler Tunnels bis ins Filztal vorgetrieben. Die Maschine und ihre Mannschaft haben bis zu diesem Punkt rund 30.800 Tübinge verbaut. Im Jahr 2017 startet der Bau der Weströhre. Die Filztalbrücke strotzt vor Besonderheiten. Für die beiden Streckengleise der Neubaustrecke werden zwei zueinander parallel verlaufende Brücken gebaut. Mit 85 Meter Höhe handelt es sich um zwei der höchsten Bahnbrücken Deutschlands. Bemerkenswert ist auch die Lage. Die Brücken verbinden die Portale des Bosler Tunnels direkt mit den Portalen des Steinbühl Tunnels. Im Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn ist dies einzigartig. Nach einer genauen Erkundung des Baugrundes und dem Bau von Probefundamenten beginnen jetzt die Hauptarbeiten an der Brücke. Im Tal, durch das die Filz fließt, werden die Fundamente der Hauptpfeiler erstellt. Dazu werden 30 Meter lange Bohrpfähle in den Boden gebracht. Richtung Bosler Tunnel entsteht hoch am Hang der erste kleinere Stützpfeiler. Der dritte der vier langen Tunnel ist der Steinbühltunnel. Er ist rund 4.800 Meter lang und fertig gegraben. In der Oströhre ist die Innenschale, bestehend aus Tunnelsohle und Tunnelgewölbe, fast vollständig eingebaut. In der parallel verlaufenden Weströhre sind die Schalwagen noch aktiv. Der Durchschlag ins Filztal gelang den Mineuren des Steinbühltunnels im September 2015. Dieser großartige Moment für alle Tunnelbauer gewann beim Steinbühltunnel noch an Bedeutung. Er wurde sechs Monate früher als geplant erreicht. Mit dem Abschluss aller Vortriebsarbeiten kann auch der Tunnelabschnitt in der Baugrube Pfaffenecker fertiggestellt werden. Hier konnten die Tunnelbauer die Röhren unter freiem Himmel bauen. Aktuell wird die Baugrube, aus der der Tunnelbau ursprünglich gestartet wurde, wieder verfüllt. Gleich hinter dem Portal des Steinbühltunnels unterquert die Neubaustrecke die Autobahn durch einen 378 Meter langen Tunnel. Dieser wird in offener Bauweise erstellt. Für seinen Bau mussten die Fahrspuren der Autobahn verschwenkt werden. Der 962 Meter lange Tunnel Widerstall ist fertig gebaut und die Baugrube verfüllt. Auf dem Tunnel wurde die Park- und WC-Anlage der Autobahn wiederhergestellt und in Betrieb genommen. Der 394 Meter lange Tunnel Merklingen unterquert die Autobahnanschlussstelle Merklingen. Der Tunnel wird in offener Bauweise erstellt. Besonders anspruchsvoll für die Ingenieure ist es, zu bauen und gleichzeitig den Straßenverkehr aufrechtzuerhalten. Um Landschaft und Natur zu schonen, wird der 499 Meter lange Tunnel im Berg gebaut. Der Tunnel wurde zu einem Teil bergmännisch und zum anderen in offener Bauweise gebaut. Aufgrund des zweigleisigen Streckenverlaufs im Tunnel weist er mit rund 140 Quadratmetern einen Querschnitt auf, der deutlich größer ist als bei den langen Tunneln. Neben den zahlreichen Tunnel werden auch viele Kilometer oberirdischer Strecke gebaut. Auf der Alphochfläche sind die Baustellen direkt an der Autobahn nicht zu übersehen. Parallel zum Bau des 21 Kilometer langen Abschnitts der Neubaustrecke auf der Alphochfläche wird die Bundesautobahn A8 zwischen Hohenstadt und Ulm-West auf sechs Fahrstreifen ausgebaut. Von der Alphochfläche aus geht es durch den letzten der vier großen Tunnel direkt nach Ulm, den rund 5900 Meter langen Alpabstiegstunnel. Der in der Spritzbetonweise erstellte Tunnel wurde von zahlreichen Stellen aus gleichzeitig gebaut. Zwei Vortriebe führten vom Portal Dornstadt aus in den Berg und gleich vier vom Zwischenangriff Leerertal aus. Der Tunnel ist fast vollständig vorgetrieben. Der Durchschlag zum Portal Ulm steht kurz bevor. Gleichzeitig zu dem Vortrieb der letzten Meter läuft der Bau der Innenschale. In der Weströhre sind bereits über zwei Kilometer Innenschale eingebaut. Das Portal Ulm des Alpabstiegstunnels wurde im Nordkopf des Ulmer Hauptbahnhofs gebaut. Die Besonderheit? Zwei Bahnstrecken verlaufen unmittelbar über den Tunneleingang. Im Sommer 2016 haben die Hauptbauarbeiten begonnen, um die Neubaustrecke an die Bahnsteige des Ulmer Hauptbahnhofs anzubinden. Gleichzeitig bauen die Stadtwerke Ulm die Kienesbergbrücke, eine neue Brücke für die Stadtbahnlinie U2 quer über die Baustellen der Neubaustrecke. Um diese komplexe Situation zu meistern, stimmen die Ingenieure beider Projekte ihrer Arbeiten sorgsam aufeinander ab. Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm Untertitelung des ZDF, 2020